Ich hab die ganze Zeit auf den schwarzen Bung da geschaut. Wow! Jetzt geht's los! Hi! Hello! Und willkommen zurück bei Skatschis verrückte Reactions! Reactions! Ne! Gefällt mich überhaupt schon? Nefron, liebe Profi am Werk! So, meine lieben Leute hier! Die Augen fällt total noch verblitzt. Geht ihr das, wenn man die Augen ruppelt und dann richtig... Man sieht gar nichts vom Maus. Ich hinschauen, hallo! Ich hoffe, ihr seid gesund, genießt ein wenig das Wetter. Ihr seid momentan, glaube ich, überall ein wenig fresh. Ein bisschen bewölkt und so. Aber, das geht auch schon. Kein Problem. Wir sind doch da nicht aus Zucker. Da seh ich doch schon die Leute wieder fliegen. Skatschi gibt seinen Senf dazu. Skatschi fiebert mit. Willkommen zurück und... Wir legen wieder los! Richtig. Funkstation mit Cable Connections. Hier irgendwann ein Mikrofon hier auch irgendwo. Hallo! Hallo! Wir legen los! Versucht natürlich, wie immer, nicht zu lachen. Aber ich glaube, da muss man nicht lachen, weil es sind gefährliche Sachen. Da lacht man im Normalfall nicht. Deswegen, Christian, nicht lachen! Das ist alles ernst zu nehmen, was da in dem Video passiert. Viel Spaß! Leg mal los! Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch! Und den großen Bruder dazu! Hey! Los geht's! Jaaa! Und der Ball! Jaaa! Was hat denn der da alles auf seinem Ding geschmackt? Ah, Navi! Wow! Fuck! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Junge, Junge, Junge! Und der andere auf der Kamera auch! Und der andere auf der Kamera auch! Richtiger Matchbox-Aufkleber hier! Gefährlich, ja? Oh, ist das der, der nicht mal hochkommt? Der taucht dann, die andere! Haha! Was hat er denn? Ist fein netzer am Ausgang! Warm! Wärmer! Noch wärmer! Haha! Und der andere! Deswegen! Nicht unter so einen Scheiß tauchen! Schau! Der dreht total schon ab! Was ist das Zoffen, Baby? Ja? Was machst du denn so einen Scheiß? Au weh, au weh, au weh, au weh! Das geht auch schon wieder nach hinten los! Oh oh! Oh! Ah, der macht einen Stobby, hä? Miep! Ey! Ey! Irgendwas stimmt mit meinem Kran net! Aaaaah! Und dem Dümpel! Was ist netz da gerade passiert? Gib doch schon mal wieder einen King auf den Bongbong! Oh! Boah! Was macht er denn? Mein Kopf! Oh! 4D-Stuhl! Oh oh! Oh oh! Ah! Fuck! Na Gnieszka, du hast zu viel Wodka getrunken! I want to ride my bike! Woah, 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 woah! Alter! Au, au! 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 Oh, jetzt dachte ich, der fährt über den Fuß! Der Hitcher! Oh, der geht ein bisschen zu früh runter! Oh, 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 oh! Ah! Vorsicht, Arsch! Wow! War das knapp! Alter! Ich will ja nichts sagen, aber da kommt ein Zug! Oh, geht weg! Ach du Scheiße! Ah, genau! Schilager 2005! Der hopfte einfach mal runter! Kann man mal machen! Was war seine Mission? Löwe, oder was? Au! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Wie hoch ist das jetzt noch? 200 Meter! Wenn da der Stein wegbricht! Der wird einfach... Und das war's! Was passiert? Die machen das so richtig spannend hier bei dieser... bei diesem Zusammenschnitt! Wann geht das so lang? Oh Gott, wenn das jetzt abbricht! Ja, das Problemlos ist da oben, da sind noch ein paar Steine, da kannst schon auf, der hält mir auch fest da! Oh, da hab ich meinen linken Fuß ein wenig wieder fest, man! Rechts geht da, nein! Jetzt zieh ich ihn mir na auf! Ah, ist doch kein Problem bei mich! Ah, ich hab schon 12 Jahre Erfahrung! Oh, da hab ich einen Ausschlitz! Perfekt, okay, nein! Was passiert da jetzt gleich? Junge, was ist denn mit dir? Warum findet er eine halbe Stunde? So, Manfredo kann es auch nachgucken! Nimmst die gleichen Spalten, die ich noch mal hab, ne? Ja, da hat er neu gefummelt und da droben war... Ah, wo hat er jetzt noch mal neu gelangt? Ich glaub, das war... Links, glaub ich, hat er noch gelangt. Harald, alles gut da droben? Na, Frohle, ist doch kein Problem, doch! Halt mich fest! Zieh ich ihn mir na auf! 13 Jahre Erfahrung! Was passiert denn? Was ist denn jetzt für ein Video? Ist doch kein Problem für mich! Ah, warte mal! Was zieht's mir da am Arsch? Ahhhh... Dafür hab ich das jetzt eine halbe Stunde angeguckt! Haha, was war das jetzt? Boah, Turbocker! Ahhhh... Scheiße... Das ist überhaupt nicht lustig, aber stell mir vor, du hast da drin... Au, zieh deinen Kopf ein! Auf einmal geht es da mit 300 los... Das ist scheiße... Hahaha... Jetzt kommt die nächste Ladung... Ahhhh... Das ist... Hahaha... Nein, das ist echt nicht lustig, Christian! Wie kann man so mit seinem Leben spielen? Wie kann man so mit seinem Leben spielen? Junge, weißt du, wie tief das da eigentlich ist? So... By the way, das war's dann, ne? So, jetzt bin ich droben... Ah, ist das wieder eine schöne Aussicht hier! Herrlich! Du, ah, du bescheuerter Vogel! Oh mein Gott! Und dann... Und dann sind wir... Ja, deshalb werde ich die Lüftung kaputt... Da drinnen haben wir auf 50 Grad... Jetzt müssen wir mal schauen, was mit dem Klima ist! Ah, ich hab ein Kreuzschlitz dabei, perfekt! Juhu! Andere! Woo! Junge, für mein Skateboarder drauf, oder was? Und deswegen, was ist los mit euch? Was macht das? Und jetzt... Boah! Boah! Alter, witzisch! So, Andere, links, seit Zeitung kommt der Auto geflogen... Junge, warum ist das so laut hier auf meinen Kopf? Sorry, das war voll kein Absicht. Ich hab Bahnen aus dem Drive-In. Und jetzt geht's los. Das Auto links, rechts. Und er läuft... Alter, mit der Make-A-W. Ja, und er läuft weiter. War doch gar nichts. Oh, 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 hey. Ist mir schon wieder warm. Das ist der Wahnsinn. Vor allem mit der Musik. Die macht das alles noch. Wow, hat der Fassung. Schauen. Da läuft ein Mächt. Ein Krawall ist da auf der Tankstelle. Da ist was los. Die ganze Zeit auf den schwarzen Punkt da geschaut. Wow. Oh, sch... Ach du Scheiße. Jetzt kommen wir jetzt nur noch geflogen, die EGWs. Boah. Jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir Pause machen. Jetzt ist... Das sind jetzt zu viele EGW und... Hakuna, sein Vater. Halleluja. Liebe Leute von heute. Wenn ihr... Irgendwelche... Compliations... Habt... Die ähnlich sind wie solche. Dürft ihr mir die Links gerne... Unter die... In die Kommentare gleich werfen. Gebt mir die verrücktesten, krassesten... Zusammenschnitte von Carcrest Animals. Irgendwas, wo ich quasi so mitfiebern kann. Und ich reagiere drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt... Skatschi, gibts ein Senf dazu. Beziehungsweise füllt mit. Habt einen schönen Tag noch. Euer Skatschi. Wies. 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 Wies.